Für die LED-Deckenspots im Flur wollte ich gerne einen Bewegungsmelder einbauen und hatte mir zunächst vorgenommen, ein Loch in der Größe eines Spots zusätzlich zu bohren und einen Bewegungsmelder dort einzusetzen. Doch dann habe ich dieses coole Teil hier entdeckt. Einen Mini-Bewegungsmelder, dessen Sensor gerade einmal 1,8 cm groß ist. Das, was man am Ende der Decke sieht, ist lediglich eine Miniatur von dem, was man von einer Außenlampe normalerweise kennt. Alles andere vom Mini-Bewegungsmelder wird im Hohlraum der Decke versteckt. Die nur 5,6 x 3,7 x 2,6 cm große Bedieneinheit verbraucht im Standby-Betrieb nur 0,5 Watt. Sie schaltet Leuchten mit 230 Volt und kann normale Glühlampen bis 800 Watt und Energiesparlampen bis 200 Watt schalten. Ich betreibe hier 5 x 6 Watt LED-Spots ohne Probleme damit. Die Bewertungen auf Amazon für den kleinen Bewegungssensor sind durchweg positiv. Und von der Steuerung von Lampen bis hin zur Steuerung von Lüftungsventilatoren bzw. Lüftern in kleinen Badezimmern wird diese Sensor eingesetzt. Ihr findet den Link dazu in der Videobeschreibung. An der Bedieneinheit des Mini-Bewegungsmelders lassen sich die Leuchtdauer, die in den Stufen 5 Sekunden, 30 Sekunden, 1 Minute, 3 Minuten, 5 Minuten oder 8 Minuten, die Sensibilität des Sensors und die Einschalthilligkeit bei Tag oder Nacht über jeweils einen Kippschalter einstellen. Die Einstellungen sind demnach etwas eingeschränkt, aber dafür bekommt man ein minimales Gehäuse. Es gibt auch Modelle mit einer stufenlosen Einstellung, die minimal mehr kosten. Auch diese Modelle verlinke ich dir unterhalb des Videos. Theoretisch kann man den Mini-Sensor bei einer Temperatur von minus 20 Grad Celsius bis plus 40 Grad Celsius betreiben. Es ist aber nur für den Innenbereich gedacht. Der Sensor hat einen Erfassungswinkel von 120 Grad nach unten und erfasst 360 Grad zur Seite. Bei einer Einbauhöhe zwischen 2,30 Meter und 4 Metern reicht man bis zu 6 Meter Abdeckung für die Erfassung von Bewegungen. Der Einbau ist denkbar einfach und dauert nur wenige Minuten. Man bohrt einfach ein 16 mm großes Loch für den Mini-Sensor, führt das Kabel durch das Loch und verbindet es mit der Schalteinheit. Der Bewegungssensor schaltet sehr zuverlässig, wobei ich im Innenbereich trotzdem die höhere Reichweite bzw. die höhere Sensibilität ausgewählt habe, weil er dann viel früher schaltet, wenn man zum Beispiel beim Herablaufen der Treppe erst einmal nur mit den Beinen vom Sensor erfasst wird. Etwas ungewohnt ist, dass sobald die Schalteinheit Strom erhält, schaltet sie sich einmal kurz an, dann kurz wieder aus und dann wieder an. Erst danach ist der Bewegungsmelder aktiv. Somit empfiehlt es sich hier, den Bewegungsmelder auch ausschließlich mit Dauerstrom zu betreiben. Als Fazit bin ich mit dieser Variante des Mini-Bewegungsmelders extrem zufrieden. Er ist ultraklein, fällt fast nicht auf und macht optisch so viel mehr her als ein großer, globiger Sensor. Falls du dir diesen Sensor bestellen möchtest, findest du einen Link dazu in der Beschreibung des Videos. Damit unterstützt du auch diesen Kanal, ohne mehr dafür zu zahlen. Wenn dir das Video geholfen oder gefallen hat, dann gib mir gerne einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal, um keines der weiteren Videos zu verpassen. Und wenn du noch Tipps zum Thema Trockenausbau und Rollputz sehen möchtest, dann schau dir doch die Videos auf der linken Seite an. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut!